Und so und schön, dass du dabei bist. Wir haben ein neues Projekt namens SuperCraft gesponsert von Fanatics und Mr. Miner. Den kennt ihr vielleicht schon vom Exile-Projekt. Und ja, ich kann das leider nicht cutten, weil das würde glaube ich... Oh Gott, schon mal die Nummer. Das würde glaube ich ein bisschen zu lang dauern. Also schon random, gerade. Vor allem, wenn ich das heute noch hochladen will. Der Projektchat sollte eigentlich morgen sein, aber Date und Oktoberfakt. Ich werde meinen Chat auch schon vorliegen, ich werde mich selbst wieder zu spammt. Denn, äh, ja. Eigentlich war ich noch vorher vorliegt. Mann, lass mich hin, du die gute Bitch. Weck dich! Geh! Ich will meine Sounds einstellen. So. Geil, du bist schon wieder direkt am sterben. Ganz normale... Hier ist eine Spawn Protection. Ernsthaft? Und noch die... Alles... Alles... Alles nicht mehr so, wie es mal war. Nie mehr. Ich hasse es. Warum muss... Es jedes Mal Nacht sein, wenn ein Projekt startet. Beziehungsweise wahrscheinlich, weil es der offizielle Projektstart war Tag, aber jetzt natürlich nicht. Geilo! Was war das denn? Oh, ich wurde gepostet. Ah. EGMA-Koordinaten-Screenshotten. Oh, ich habe meine Achievement bekommen. Cool. Und farm ich direkt Holz. Ja, ich habe kein Essen mehr. Da. Da. Ne. Keine Ahnung. Also es heißt Supercraft. Ich weiß nicht genau warum, weil es ist eigentlich Vanilla Minecraft. Aber gut. Lassen wir denen mal ihre Fantasie. Ich glaube, die schreiben was. Aber ich sehe es halt nicht. Warum haben wir mich halt eigentlich auf die Pursette die 10% gestellt? Nicht direkt davor aus. Geh! Geh! Weg! Ich mag dich nicht. Ich komme nicht dazu in Holzabstum zu bauen, ne? Das ist doch scheiße. Äh, endlich. Ja! Hilfe! Alter, ich habe ein halbes Herz. GE. Geilo. Oh, das ist 300. Die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Die Richtung. Da. Da hinten muss es sein. Erstmal dreimal. Ohne Willkommen. Alle Jump'n'Run-Skills. Äh. Warum muss ich denn so eine Scheiße da nur mit einem halben Herz überleben? Ich will doch auch nur das Selbstmacht bedienen. Kommt so. So. Nochmal so. 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 Das schüttt. Diese Reitwehr. Wäre nicht gerade schon wieder falsch rumgelaufen oder was? Da musst du aber... Alter. Nacht. Warum denn Nacht? Es gibt keine anderen Tageszeiten in Minecraft. Ich kann nicht zoomen. Weil Optifine. Geht mir mal wieder kurz vor den Hals. Okay. Nicht smart genug. Was? Hier ist einfach insta eine Invasion auf Zombies. Hä? Wie hast du mich denn mit Vater erreicht? Ich glaube da, ich glaube da. Nein. Not. Going up. Tschüss. So. Jetzt kommt hier keiner. Zoom. Warum ist der denn auf C? Was hab ich denn sonst auf C? Ah. Scheiße. Was war denn das? Ich hab keine Ahnung, wo das war. Also wie gesagt, ungeschnitten. Ich hoffe man hat... Oh, da ist es. Da ist zumindest etwas. Da ist ein Dirtberg. Es war 300 irgendwas. Und 200 irgendwas, glaube ich. Oder 400? Und wie geht's denn? Aber hier ist ein Dirt... Säule, Berg, was auch immer. Da sind ganz viele Dirtberge. Du soll. Denk mal, das ist die richtige Richtung. Und ich... Ich hab ne Enderkerle bekommen. Uiuiuiui. Ich muss ihn ändern mit... Loih, hier ist ernsthaft ein Ender mit am Regen verstorben. Geil. Das Auto-Jump-Bahn? Ja. Hui. Ich muss nie wieder... Ich muss nie wieder meine nervige Space-Taste drücken. Ist das nicht? Tolle Version. Tolles Leben. Ich will nicht mein Enderfeld fänden. Hört man nie wieder, dass ich eine Scheißbehinderte des Wastels erledige bin. Das war super. Danke, Minicraft. Nee, komm. Nicht hier. Nicht. Alter, ich hab keinen. Aber den Spielschirm draußen wird jetzt auch nicht. Aber da stehe ich schon wieder die Hälfte der Aufnahmezeit bei Badat und bin eigentlich die ganze Zeit nur gestorben. Geile erste Folge auf jeden Fall. Naja, kommt halt heute noch PvP. Warum hab ich das Ei weggeschmissen? Alter, der muss doch irgendwo sein. Es regnet gegen Strö... Ach, ich brauch halt nicht was für jetzt. Ist schon sauber, was du jetzt bist. Nee. Oh, da geh ich. Da ist schön. Ich hab fast nur Enderfeld. Hallo, kannst du springen? Danke. So, Auto, da haben wir noch nicht ganz verbessert. Also, gut. Und springen. Sieht auch mal wirklich sauknapp aus wie der Spring. Ja, ich hab mich erst mal zehn Kilometer wahrscheinlich weggelegt. Gut. Ach, lol. Es gibt ja auch jetzt neue Zombies. Also, ich kenn die Version nicht wirklich. Noch nie mitgespielt. Äh, Wüste. Gut. Wobei, Wüste vielleicht auch nicht gut. Ich weiß nicht, wie die heißen leider. Ne, das regt sie nicht mehr. Warum ist der Himmel aber trotzdem noch in der Farbe? Ja. Hallo, Librarien. Ha. 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 Ja. Cooler Villager. Schnell mal hier. Werden. Neue Mob K. Nein, hier war schon jemand. Dreck. Na gut, aber wie sollten die jetzt auch nicht gefunden haben? Es gibt anscheinend ziemlich viele Teilnehmer. Angeblich soll das Projekt ja auch länger gehen als Exile. Mal gucken. Alter. Wo können die mal weggehen? Da. Stirb dran. Hat es gekla... Oh Gott, sie hat es ernsthaft umgedreht. Ja gut. Ohne Holz. In den Wüstendorf. Gigi. Irgendwo gab es ein Crafting Table. Ja. Ich baue mich da nicht durch. Kann ich gar nicht. Fällt mir grad auf. Es sind ja überall nur Sandstücke. Die würden dann auf mich rauf fallen einfach. Da ist glaube ich ein Crafting Table drin. Oder halt. Ähm. Hilfe. Oh lol. Da ist einer drin. Nie. 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 Machst mir das jetzt nicht kaputt. Oh. Nein. Wie bist du denn reingekommen? Critted. Boots to the Beats to the Buzz to the... Tod. Das ist der Todesrap. Ich rapp dich tot. Boom. Ich nehme mit. Wir nehmen alles mit. Wir klauen mal wieder den Village und die Zeug. Nur um dann wahrscheinlich gleich hier zu verrecken. Mich interessiert jetzt schon was die geschrieben haben. Machen wir mal wieder. Wir müssen aufnehmen wenn wir auf dem Server sind. So wie ich das verstanden habe. Und das war alles noch meine Tode. Also. Er hätte das auch nochmal gestorben. Und einer hat heigeschoben. Wer ist hier man? Das ist mein Dorf. Das ist mir nicht von unten aber egal. Ähm. Alle die neuen Geräusche. Oh Gott. Sorry. Wollte ich nicht. Schluck auf. Die Soundculisse gefällt mir eigentlich. Vielleicht ist sie ein bisschen... Ja. Daraus besteht mein Leben. Komische. Wüsten Zombies mit komischen Sounds. Aus Village Häusern. Auszuhalten. Aber das hat direkt zwei Libraries. Die das Dorf verfügt. Aber mir gefällt das. Kann ich mir noch mehr Bücher abgreifen. Hoffen wir es später. Ah. Weizen. Weizen. So. Hier damit. Alles meins. Wie? Nie. Äh. Leuchtet mal eure Scheiße aus. Jetzt nicht in die Wilder. Kacke. Die hat ja nicht mal nachgepflanzt. Ja. Spielerjäger. So. Ich hoffe einfach ich kann da durch. Ich muss mal Regen. Schnell. Schnell. Rot. Kann ich. Ja. Schnell rot craften. So. Stimmt durch dieses Fasten. Durch diese schnellere Regeneration. Schreste Karotte. Meins. Tatsache. Greift sich halt erst alle Felder ab. Und lässt nichts übrig. Außer diese scheiß Karotte hier. Die muss ich aber halten. Damit ich hier anpflanzen kann. Ich muss direkt wieder ein normales Milo. Ah. Wie lange soll es? Oh Gott. Ich muss ja gerne. Nicht Enderfälle benutzen. Nicht sprinten. Oh ich hab Kartoffeln auch noch. Gut. Ich hab alles. Gern weg. Äh. Ich muss gleich nach der offene Zeit leider gucken. Es ist halt immer noch Nacht. Was denn los heute? Nein. Minecraft hat aber glaube ich auch neue Songs bekommen. Klingt gut. Die alten waren scheiße. so. Ja. Nicht mich anpassen. Ja. Ah. Getterect. Getterectum. Wie es im Lateinischen so schön heißt. Ja. Ach egal. War ungefähr schon. Wir kommen endlich mal dazu. Unser erstes Holz zu sammeln. Ist das nicht geil? Holz. Minute. Äh. Elf. Zwölf. Voll gut oder? Oh ne. Alter. Die ist mir immer noch hinterher. Klemmt mir immer noch vom Arsch. Ich hab keine Ahnung wie ich das anders formulieren sollte grad. Nee. Nee. Da ist das. Da ist das Wasser. Da. Ich glaub ich spinne. Hahaha. Vielleicht nicht unbedingt. Boah Alter hast du dich mit der Enderbelle geblockhittet. Mit der Faust ist auch blockhitten. Nicht so smart ich weiß. Ja ich hab alles ne. Tschüss. Ich mag solche Videomen. Ich will hier gar nicht bauen. Ich lauf erstmal weiter und guck wo ich was find. Ich will hier jetzt auch eigentlich nicht zu weit von den anderen weg bauen. Da weiß ich aber keinen Plan wo die sind. Screenshot bei Haus suchen. Da ist die. Da 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 da. Da ist mein Platz. Das ist schön. Da hab ich einen richtig fitten Berg. Ich mag Berge. Berge sind sicher. Auf Bergen gibt es Höhe. Na wer kennt den Film? Schreib's mir in die Kommentare. Oh nein. Mach das nicht. Nein. Scheiße. Ja. Ich bin smart. Hab ich davon erlebt. So dann ist aber das hier mein Berg. Aua. Alter das wird richtig geil hier. Ist halt immer ein bisschen. Ey. Das ist doch ein fucking Scherz. Oder? Dann ist. Was? Er tötet mich. Hey what the fuck. Warum hat er mich gekillt? Jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort. Das ist ja dreist. Ich war ja nicht mal auf seinem Grundstück. Ich war grad zwischen Fanatics und seinem. Und hab halt nur geguckt ob irgendwo was frei ist. Ach nö. Ich. Alles klar. Alles klar. Ich rühre mich jetzt mal ein. Wie ihr schwankt da her. Ich bin schon fertig. Ja. Ich bin schon fertig. Ich bin schon richtig. Herr B. Na. Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Es wurde mir ein wenigstens φanchen. Ich bin schon fertig. Super, war eine super tolle erste Folge, die mache ich jetzt kürzer, weil ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr mal wieder habe. Tolle Mitspieler mal wieder, ne? Das ist halt immer so, wenn man einfach so ein Projekt anfängt. Da kriegt man immer die Kettenkrotze, Alter, der kriegt noch den Troll seines Lebens ab, Alter. Der kriegt, ich weiß nicht, wie lange das Projekt geht, aber sobald ich genug Ressourcen habe, kriegst du die TNT-Falle deines Todes unter dein Arschloch gesteckt. So, stimmt, es gibt ja auch Backhand. So, das war's mit der ersten Folge, ich hab keinen Bock mehr, der kriegt noch seine scheiß TNT-Falle. Und ich hoffe, Sie sehen uns später beim PvP oder bei der nächsten Folge, ich weiß nicht, wann PvP kommt. Wieder, tschüss.